Ich komme zu einem neuen Video und jetzt liegt die gerade so schön in der Sonne, die Ziege. Guck mal, guck mal, die ist ja süß. Die hat da gerade richtig schön geschlummert. So. Ja. Ich lauf mal schön weiter. So, wollte ich jetzt mit dir eigentlich was machen, aber das machen wir dann doch nicht. Also, ja, wenn du gerade so schön in der Sonne liegst. Die Sonne strahlt heute ganz schön hell. Ja, da kann ich ja noch nicht mal hingucken. Und der Hund die ganze Zeit voll außer Atem. Und ich wollte euch heute eigentlich zeigen, weil ich wollte heute das Ding hier mit, ähm, also wieder sauber machen, richtig. Also nicht so richtig, weil da... Und dann eine Gans da mal reinsetzen, aber ich glaube, das wird nichts. Das, was da da drin ist, ist ganz schön dreckig. Und ich gucke jetzt einfach mal mit euch zusammen nach Eiern. Mal sehen, ob da was für liegen. Ich krieg das hier gerade nicht hin. Also, Barney, raus! Wirst du wohl nicht, du frisst doch unser Armüter auf. So, das klingt da gerade so, naja, gut. Jetzt mach ich das einfach mal hier dran. Gut, und ich gucke jetzt mal, ob Eier da sind. Ist jetzt schon um 13 Uhr oder so. Ich hab noch nicht wirklich auf die Uhr geguckt. Da sitzt eine Henne drauf. Die krieg ich da rum. Ah, da sind ja Eier. Hey! Die Henne, ich hab da immer voll Angst, dass sie mich pickt, aber irgendwie krieg ich die da schon raus. Hey, du Henne, du weißt aber, dass du deine Eier nicht ausbrüten kannst. Dann schnapp ich mir erstmal die anderen Eier. Oh, Barney. Gut, ich nehme jetzt hier die Eier aus dem Nest erstmal. Oma! Toll. Gut, was soll, nicht Oma. Junior Pinkie Pie war das. Nein, eigentlich war es ein bisschen das Einhorn, aber... Ich lege jetzt einfach mal die ganzen Eier da rein. Na gut, und jetzt das letzte. So. Zehn Eier, schaust dir vor. Das ist mir gerade relativ egal. So, mal gucken, ob es hier noch welche gibt. Und wenn nicht, hole ich gleich das Huhn hoch. Da sitzen die drei Hühner auf einer Stange. Das eine, das fällt runter. Da waren es nur noch zwei. Jetzt war es nur noch eins. Kannst du da stehen bleiben, ich tue dir nichts. Barney! Ich wusste doch, der greift die an. Letztes Mal ist er unserem Quad hinterher gerannt, weil wir ja jetzt einen Quad haben. Jetzt muss ich dieses Huhn da hochkriegen. Komm mal hoch. Komm, hoch, hoch, hoch. Geht doch. So, fünf Eier habe ich schon. Und jetzt kommen noch vier dazu. Schade, hätte sie fünf gelegt werden, zehn Eier. Na ja, neun gehen auch. Schöne... Da waren wir so eine Chance, konnten wir sogar nicht so gut fahren. Auffahren! So, ich sag jetzt erst mal Tschüss. Und wir sehen uns beim nächsten Video. Tschüss! Umm...